Schalten wir nach Paris zu Sabine Rau. Frau Rau, die Polizei hat inzwischen einen Täter verhaftet, so die Meldungen, die uns erreichen. Was wissen Sie über die Umstände? Also, wir hören gerade eben als neueste Nachricht, dass die Antiterrorstaatsanwaltschaft hier in Paris die Ermittlungen übernommen hat. Das deutet darauf hin, dass die Behörden diesen Vorfall sehr, sehr ernst nehmen. In der Tat, ein Verdächtiger ist in der Nähe von Bastille festgenommen worden, angeblich blutüberströmt. Er scheint mit der Metro vom Tatort geflohen zu sein. Ein weiterer Flüchtiger wird gesucht. Einer der beiden Schwerverletzten, von denen Sie gesprochen haben, scheint auch außer Lebensgefahr zu sein. Allerdings, hier in Paris ist die Situation einigermaßen angespannt. Das ganze Quartier, wo sich der Vorfall ereignet hat, ist abgeriegelt worden. Der Innenminister ist auf dem Weg dorthin. Es wurde ein Krisenstab eingerichtet. Und Präsident Macron lässt sich laufend über den Fortgang der Entwicklungen informieren. Der Tatort, wir haben es eben schon gesagt, ist ja wohl in der Nähe der früheren Büros von Charlie Hebdo. Es hatte jüngst ja wieder Drohungen gegeben. Wird das auch offiziell in Zusammenhang gebracht mit diesem Angriff? Bis jetzt wird hier überhaupt nichts in Zusammenhang gebracht. Wie gesagt, der Hinweis, dass der Antiterrorstaatsanwalt sich eingeschaltet hat in die Ermittlungen, deutet darauf hin, dass man auch in diese Richtung ermittelt. Also Mordversuch mit terroristischem Hintergrund. So heißt es hier, welche Zusammenhänge dort jetzt gezogen werden, sollten wir den ermittelnden Behörden überlassen, die sich sicherlich im Laufe des Tages in der einen oder anderen Weise äußern werden. Sabine Rauf, vielen Dank für diese ersten Informationen aus Paris. Vielen Dank.